Jo, herzlich willkommen zu einer kleinen Testaufnahme. OBS Studio auf Ubuntu, Linux 17.10, Left 4 Dead 2 und, oh, wollen wir einfach mal rein hier, schnelles Spiel und wollen mal gucken, ne? Lärft ja ganz nett, eigentlich, ne? Kann man nicht meckern. Cool ist, kann aus dem Spiel einfach mit der Maus rüber auf den neuen Bildschirm in OBS Studio. Alles OpenGL halt. OpenGL. Ah, da komme ich aber zum richtigen Zeitpunkt hier. Gerade vorbei. Das Geballer. Naja. Hey Alter, verarzte dich besser. Ich lade nach. Tja. Läuft halt, ne? Tja. Das Pech hat, ballert sie nur um die Ohren hier. Nee, geht eigentlich. Ich bin natürlich schon alle schön ohne mich losgelaufen. Achtung! Oh eyeszer. Oh. Oh, oh. Läuft. Ich kenne die Map jetzt nicht so wirklich. Keine Ahnung. Der lang muss. Oh shit. 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 Fuck Ah shit Anker Oh man Das gibt's dann nicht Ah, bin raus Naja, machen sie mich jetzt fertig, ist okay Für einen Test sollte das genügen hier Jo Und dann gibt's demnächst nochmal ein paar mehr Videos zu Ubuntu Linux Ein paar kleine Tuning-Tipps und Sowas Ähm, ja Genau, dann soll ich mal bis denn dann ne? Tschüss Tschüss Ja 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 Ja